Hallo und willkommen zu diesem Video. Vielen Dank für 3000 Abonnenten. Es ist gerade der 30. Dezember 2017 und ich weiß noch nicht in welchem Jahr ich das erreichen werde, aber das Video wird jetzt vorgedreht. Da habe ich ja die Paintless Sky, dann ein Superballat 2 von Funke, ein Päckchen Mosquetus, römisches Licht von Leslie Metzlenschutz und ein Keller Vesuv. Ja, viel Spaß bei der Zündung. Ja, dann viel Spaß mit diesem Video. Mit gestoppelter Flamme hier. Was kriegt du eins? Was kriegt du zwei? Ich hoffe, ich kriege wieder mal ein Display. Funke Superballat 2. Was für ein Druck. So. So, es geht. Letzte Batterie dieses Jahr am Abend des 1. Januars. Also dieses Libester-Rennen. Das war's. Juhu, dann vielen Dank nochmal für 3000 Abonnenten auf meinem Kanal und dann sehen wir uns bei neuen Videos. Bis dann. Bis dann. Bis dann.